Herzlich Willkommen zu einem neuen Video, Paint and Repair Garage. Ich bin wieder am Stab. Das letzte Video ist wieder relativ gut angekommen, das Folienvideo. Und ich habe mir gedacht, heute machen wir wieder was anderes. Ich zeige euch heute mal, wie verrückt ich schon wieder war. Ich war schon wieder shoppen. Was habe ich getan? Der Nissan ist bald fertig. Der steht jetzt eigentlich schon relativ cool da. Ich bin in einer ziemlich coolen Gruppe mit JDM Fahrzeugen. Dort gibt es einen coolen Dude, den Stefan. Grüße gehen raus. Und der hat ein Sorgenkind und da einen Platz gebraucht und hin und her, sind wir uns relativ schnell relativ einig geworden. Ich habe wieder zugeschlagen. Ich habe die anderen Projekte noch gar nicht fertig und jetzt steht schon das nächste Projektauto da. Ein bisschen Vogel habe ich schon, aber das sehe ich auch aus. Um was für ein Fahrzeug es handelt. Das ist da versteckt hinter dem Container. Ist leider zur Zeit eingepackt, sonst hätte ich es euch ein bisschen besser präsentiert. Das zeige ich euch jetzt. Also ich freue mich jetzt schon sehr auf das Projekt. Es ist einiges daran zu tun. Jetzt zeige ich euch einmal kurz das Fahrzeug selber. So als kleine Vorgeschichte. Wie man jetzt gerade gesehen hat, das ist schon ein bisschen eingewachsenes Auto. Sie steht jetzt schon etwas länger. Ich habe das Video auch schon mal gemacht. Aber erstens waren ein paar Dateien viel zu dunkel, weil ich es damals am Abend geholt habe das Auto und es war richtig schlecht das Video. Aus ich habe das Auto gekauft, weil ich es sehr günstig bekommen habe. Es ist eine Projektaufgabe. Er schaltet nicht mehr und so Kupplung und Getriebe machen nichts mehr oder haben nichts mehr gemacht. Es ist einiges an Lack zu machen. Unter anderem solche Sachen. Also gebrochene Lippe, Streifschüsse, Streifschüsse, Lackabplatzer und was links und rechts, man sieht es, da hat man versucht das Ganze zu spachteln und selber zu reparieren. Das Ganze bei beiden Seiten leider. Hinteren Radläufe sind eigentlich tot. Er hat unten drinnen ein paar Rostlöcher, die wir machen müssen. Antriebswellen, die, wenn das Auto rollt, das Fett im ganzen Motorraum schon verteilen. Das kann ich euch einmal kurz zeigen. Moment. Da sieht man es ganz gut. Das ist die Fetten von der Antriebswelle. Also derzeit ist auch keine Batterie drinnen. Die habe ich ausgebaut zum Laden, damit sie nicht kaputt wird. Da überall leuchtet der Rost raus. Das muss man auf jeden Fall alles machen. Der Motor selber funktioniert. Er startet, er läuft sauber. Auch das bekannte Problem mit dem Schiebedach. Das funktioniert auch. Es ist dicht. Also eigentlich, innenraumtechnisch ist das Auto im Originalzustand und natürlich nichts Leder und Co. Aber für die damaligen Verhältnisse ist das Auto wirklich noch in einem schönen Zustand. Es ist nichts kaputt. Alles funktioniert eigentlich. Von daher für mich natürlich eine richtig coole Basis. Und ich würde sagen, das wird unser erstes Low-Budget-Projekt, um das Auto herzurichten und natürlich zu verschönern und tieffertig zu machen, damit das Ding tiefkriegt und natürlich auch cool ausschaut. Wir haben natürlich auch vor, der Motorraum da ist jetzt sehr schmutzig. Wie gesagt, er funktioniert. Es funktioniert alles. Alles ein bisschen aufzuhübschen, ein bisschen umzubauen. Würde, denke ich, ein sehr cooles Video werden oder eine sehr coole Videoreihe. Ja, und ich hoffe, es begleitet mich da. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, was wir mit dem Auto machen sollen, er wird auf jeden Fall die geile Farbe, die er hat, die wird auf jeden Fall behalten. Ich habe Gott sei Dank noch Lack. Im Original-Lack vom Lackierer habe ich noch so einen guten halben Liter. Das wird genügen, um ihn auszubessern. Aber wenn ihr Ideen habt, was wir noch alles damit machen könnten, Farbspielereien, Umlackierereien, vielleicht Teile einbauen, dann schreibt es in die Kommentare. Dann werden wir schauen, ob man das Ganze ein bisschen umsetzen kann. Es sollte aber alles nicht zu teuer werden. Es soll so ein bisschen Low-Budget bleiben. Also wir haben uns jetzt als Ziel gesetzt so 1.000 bis 1.500 Euro. Und mit dem sollten wir ungefähr auskommen, damit wir das ganze Projekt verwirklichen. Und weil ich ja vorher gerade erwähnt habe, dass ich das Video ja schon mal aufgenommen habe. Wie gesagt, das Auto hat nicht mehr gekuppelt, hat sich keinen Gang mehr einlegen lassen etc. Ich blende euch jetzt ein, wir haben das Ding nämlich mit einem Hänger holen müssen. Und habe dann aber trotzdem, man hat schon einen Gang eingebracht, indem man das im Motor ausgeschaltet hat und ein bisschen gewackelt hat beim Auto. Dann ist der Gang halt irgendwie reingegangen. Wenn man dann die Kupplung durchgetreten hat, hat man auch starten können, ohne dass er vorhüpft. Und man hat halt dann das Pedal rausziehen müssen, dann ist halt so, ich sage einmal so mit 20% Schleifen, hat man dann das Auto irgendwie ein bisschen bewegen können. Ich habe das Ganze schon repariert, also schalten, kuppeln und tut er wieder. Und das blende ich jetzt kurz ein. Das sind ein paar Videoschnipsel, die möchte ich doch verwenden, weil es schadrum wäre. Im Endeffekt die erste Reparatur, die Kupplung, die haben wir gemacht. Und ich erkläre euch jetzt gleich, an was es gelegen hat. So, da hätten wir dann einmal Kupplungsgeberzylinder und da ist der Ausgleichsbehälter, da unten ist der Kupplungsgeberzylinder, heute. Weil das Problem ist, dass du das Pedal eigentlich voll durchdrehtest und es geht nur ein ganz klein Stück wieder raus und bleibt stehen und du spürst weder Kupplungsdruck, es ist, als wenn es leer durchgehen würde. Jetzt habe ich die Vermutung, dass da vielleicht uralte Flüssigkeit drin ist und auch zu wenig, weil es ist wirklich eine Suppe. Also, ich habe natürlich schon kurz reingeschaut, ich sage es eigentlich. Es ist auf jeden Fall viel zu wenig und es ist pechschwarz. Sollte aber ausschauen wie die da. So als Vergleich. Ich habe da noch ein paar Reste von einer alten, alten Bremsflüssigkeit. Die ist z.B. noch vom Flaggern seinem BMW, glaube ich, ist die überblieben oder eines meiner Autos. Zum Testen und zum Durchspülen ist die jetzt einmal lang genug und je nachdem, was wir mit dem Auto noch vorhaben, werden wir dann sowieso eine brauchen, falls wir dann Leitungen neu machen müssen. Das muss man jetzt alles anschauen. Aber das erste, das ich jetzt gleich testen werde in dem Video, ist, ob wir die Kupplung auf die Schnelle wieder reparieren gehen. Zum Schluss! Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt habe ich da mal richtig durchgesaugt, ich kann es euch kurz zeigen, das ist richtig, also was da jetzt, und das ist jetzt schon verdünnt mit guter Bremsflüssigkeit, also das war ja, das war ja katastrophale Suppe. So, im Vergleich zu vorher, schaut das jetzt schon wesentlich besser aus. Jetzt mache ich meinen Deckel drauf und dann testen wir es einmal. So, das fühlt sich am Kupplungspedal schon wesentlich besser an. Wesentlich besser, jetzt stelle ich ihn mal da um, dann starten wir mal das Auto und dann fahren wir mal ein paar Meter vor, zurück und schauen, ob der Gang auch reingeht. Jetzt haben wir nur das mit der Bremsflüssigkeit gemacht, was ihr gerade gesehen habt, ein bisschen gelüftet, nachgefüllt, ein bisschen getauscht. Ich habe jetzt auf jeden Fall schon Gegendruck und das Pedal kommt von selber wieder raus. Jetzt stelle ich ihn, lasse ich den Glockrot stehen, starte einmal das Auto, brauche ich und dann können wir einen Gang einlegen und vor, zurück fahren. Mal schauen, ob es jetzt funktioniert ohne Zahnräder putzen beim Getriebe. Boah! Und bitte nicht vergessen, liken, abonnieren, kommentieren, würde mich freuen, pusht ein Algorithmus. So, an was hat es gelegen? Eigentlich relativ simple Sache. Da gibt es da, da ist Bremse, also Bremsflüssigkeit, da ist Kupplungsflüssigkeit, ist dieselbe und wenn man die aufgemacht hat, ich kann es kurz herziehen, man sieht jetzt, sie ist jetzt zwar nicht erst rein, aber sie ist relativ klar, sie ist gescheit befüllt und das war das große Hauptproblem, es war da uralte Bremse, also Kupplungsflüssigkeit drin, also die war mindestens, von der Optik würde ich sagen, mindestens 10 oder 15 Jahre alt, mindestens, wenn nicht noch älter. So, die war, normal sollte so Honigfarben sein, die war schwarz, sie war unter Minimum und sie war klebrig, das muss man sich vorstellen, das war fast schon die Konsistenz, wie so, wie so die Spielschleim, die man so früher, die Nickelodeon Spielglibber, so, hat das ungefähr von der Konsistenz gewirkt. Was habe ich dann gemacht? Im Endeffekt, da ist der Kupplungszylinder, das ist der Entlüftungsnippel. Dann habe ich im ersten Schritt einmal aufgemacht, komplett rausgedreht, dann ist nichts passiert, da ist nichts rausgeronnen, obwohl es rausgehen sollte. Habe dann wieder leicht reingedreht, habe mir von einem Nachbarn so ein Vakuum-Absauggerät zum Entlüften für Bremsen und Kupplungen ausgeliehen, habe das angeschlossen, habe oben, wo das Reservoir ist, einen Deckel draufgeschraubt und habe einmal mit Druckluft. Dann habe ich schon einmal so ein bisschen, ich sage einmal, die abgestandene Flüssigkeit ein bisschen raus, habe dann angefangen, neue nachzuleeren, bis es dann irgendwann einmal ein bisschen fließfähig war, dann habe ich es komplett abgesaugt, habe immer neu reingelärt, habe es dann nochmal komplett ausgelärt und habe nochmal komplett neu aufgefüllt und mit dem Vakuum-Gerät komplett entlüftet. Seitdem, seit ich das gemacht habe, funktioniert die Kupplung wieder. Also, im lieben Fahrbesitzer haben sie erklärt, dass wahrscheinlich das Getriebe kaputt ist und all solche, da habe ich ganz komische Sachen gehört, mit Mods-Preis. Die Reparatur hat jetzt gekostet, eine Stunde Arbeit und fünf Euro Material. Die Kupplung läuft. Das ist es aber dann schon gewesen. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt dann ein bisschen im Urlaub und dann haben wir noch zwei, drei Videos, aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf das Projekt und ich hoffe, ihr seid da dabei. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich glaube, das wird eine relativ spannende Videoserie werden. Ich freue mich jetzt schon sehr darauf, basteln einmal auf einen Oldtimer. Das ist ein Auto aus meiner Jugend, feiere ich total. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Mal.